Herzlich willkommen liebe Studierende zur heutigen Sitzung unserer Vorlesung Einführung in die angewandte Linguistik, heute mit der zweiten Sitzung zum Thema Korpuslinguistik. Beim letzten Mal hatten wir ja schon gesehen, was Corpora sind, wofür man sie braucht, wie man sie erstellt und auch ein bisschen Technik haben wir kennengelernt und heute soll es ein bisschen mehr in die Anwendung gehen mit einem Bereich, den man datengeleitete Korpusanalyse nennt. Das haben wir heute vor. Ich möchte zunächst erklären, was wir überhaupt unter datengeleiteter Korpusanalyse verstehen und dann wollen wir uns nacheinander die drei wichtigsten methodischen Zugänge zu einer solchen datengeleiteten Korpusanalyse anschauen. Die Analyse von Kollokationen, die Suche nach typischen Wörtern und Mustern und die Analyse von sogenannten N-Grammen und abschließend möchte ich ein Fazit ziehen. Die Lernziele bestimmen sich wie folgt. Sie können zunächst mal den Unterschied erklären zwischen Korpusbasiertem und datengeleitetem Vorgehen. Sie können weiterhin erklären, was Kollokationen sind und wie man sie in der Korpuslinguistik operationalisiert und dann können Sie die beiden Verfahren der Keyword-Analyse und auch der N-Gram-Analyse erklären. Also darlegen, wie es funktioniert und auch ein paar Beispiele nennen, wofür man sowas benutzen kann. Ich beginne also mit Ausführungen zur sogenannten datengeleiteten Korpusanalyse. Das lässt sich in Kontrast sehen zum sogenannten Korpusbasierten Vorgehen. Auf Englisch nennt man das Korpus-Based. Das heißt, Korpora werden zur Überprüfung von im Vorhinein formulierten Hypothesen genutzt. Das ist im Prinzip das, was ich Ihnen in der letzten Woche in erster Linie gezeigt habe, als es um die konditionelle Distribution ging. Sie erinnern sich daran, wir können die Hypothese formulieren, dass in bestimmten Ländern bestimmte Lexeme häufiger oder seltener sind oder andere Hypothesen können wir formulieren und dann haben wir unsere empirische Basis und überprüfen diese Hypothesen. Das wäre ein ganz klassisches, deduktives Vorgehen, wie wir es aus der Wissenschaftstheorie kennen. Wir haben also eine Theorie aus der Theorie. Schlussfolgern wir was und formulieren eine Hypothese, also eine Vorhersage und dann schauen wir anhand von empirischen Untersuchungen, ob diese Vorhersage auch tatsächlich eintritt, ob unsere Theorie also stimmt. Ja, so geht man ganz klassisch auch in der Naturwissenschaft vor und eben auch in der korpusbasierten empirischen Sprachwissenschaft. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele bringen. Wir können zum Beispiel mal die These formulieren, dass jüngere SprecherInnen häufiger, weil mit Verbzweitstellung verwenden als ältere. Ja, wir könnten sagen, das ist auch eine Art Sprachwandel Phänomen und das schleift sich also immer mehr ab und unter Jüngeren ist es noch verbreiteter als bei Älteren. Jetzt könnten wir hergehen und müssten halt ein entsprechendes Korpus bilden, was möglichst stabil sein sollte bis auf diese eine Variable Alter. Ja, das ist nicht ganz einfach. Man könnte sich überlegen, ob man sowas wie Blocktexte hernimmt oder so und dann eben kontrolliert, wie alt die Schreibenden jeweils sind und wir können das Ganze auch mit gesprochenen sprachlichen Daten machen, dann wird es vielleicht ein bisschen einfacher. Müsste man die Gesprächsanlässe stabil halten, aber eben das Alter der SprecherInnen variieren. Weiterhin hatten wir ja beim letzten Mal uns mit der Wie geil ist das denn Konstruktion beschäftigt und wir können also mal die These formulieren, aufgrund unserer muttersprachlichen Kompetenz in wie XY ist das denn, werden vor allem wertende Adjektive eingesetzt und dann gehen wir ans Korpus heran und suchen einfach danach und prüfen diese Hypothese. Und genau das möchte ich Ihnen auch noch mal kurz hier live vorführen, auch einmal als Live-Demonstration, wie man mit solchen Corpora arbeitet. Sie sehen hier, das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache ist im Netz frei zugänglich und wir haben hier verschiedene Panels und wir interessieren uns für die Textcorpora. Jetzt finden Sie hier zunächst mal die ganze Liste, das Kernkorpus, was ich Ihnen schon genannt hatte, wir finden das deutsche Textarchiv hier unten, hier das DTA Kernkorpus und wir finden auch noch verschiedene Spezialkorpora. Für manche muss man sich anmelden, wir interessieren uns jetzt hier für das Web-Korpus. Es ist sehr groß, Sie sehen hier 21 Millionen verschiedene Texte, 8,56 Milliarden Tokens, ja also ein wirklich ein großes Korpus. Da muss man sich wie gesagt anmelden, das habe ich gemacht und dann können wir jetzt hier einfach mal nach, ups, nach wie geil ist das denn, wir untersuchen mal hier nach. Es dauert jetzt ein bisschen, weil es große, große Textmengen sind, die hier durchsucht werden müssen. Ja, dann finden wir hier schon mal, wie viele Belege finden wir? 4608. Aber wir möchten ja insgesamt nach diesem Muster suchen. Das geht jetzt hier in dieser Suchsyntaxon, Dollarzeichen, P für Part of Speech und Adiede, das ist das STTS-Tagset, was ich Ihnen schon gezeigt oder erwähnt hatte. Jetzt suchen wir mal hier nach und jetzt finden wir schon mehr, wie erbärmlich ist das denn, wie schön ist das denn, wie naiv, wie toll, wie bescheuert, wie groß. Wir können uns das mal in dieser Ansicht, dann haben wir es noch ein bisschen besser, auch hier machen wir mal 100 Treffer pro Seite. Ja, jetzt möchten wir das Ganze aber noch auszählen. Wir haben jetzt insgesamt fast 19.000 Treffer. Das geht jetzt hier so, das lernt man dann mit der Zeit, das ist so eine Übungssache. Wir müssen das hier noch, ist gleich 1, bei. Sie sehen, ich habe das vorher schon mal ausprobiert. Das ist meine Suchanfrage. Und jetzt haben wir hier also die Auflistung. Das, was ich Ihnen beim letzten Mal an eines anderen Korpus als solche Balkendiagramme gezeigt hatte, haben wir jetzt hier als Liste. Und wir sehen also, geil ist mit Abstand das häufigste. Dann kommt cool, toll, genial, süß, schön, peinlich, krank, blöd, doof, krass, bescheuert, dumm, klasse, lächerlich, gemein, arm, niedlich, unvorsichtig und so weiter. Das heißt, unsere Hypothese, würde ich mal sagen, hat sich doch bestätigt. Hier ist wahrscheinlich das erste, wie alt ist die denn? Denn wir finden hier mit das auch andere Wortformen, die zum gleichen Lemma gehören. Also wie alt ist der denn? Wie alt ist die denn? Das ist also hier, wenn ich richtig sehe, das erste Wort an der Liste, was kein wertendes Adjektiv ist. Ja, also hier können Sie sich, wenn Sie möchten, mal umgucken. Sie finden auch hier dann in dieser Hilfe die ganzen Suchanfragen erklärt. Da sind sehr komplexe Abfragen möglich. Gut, also wir müssen aber, das ist das Grundproblem bei diesem korpusbasierten Vorgehen tatsächlich schon eine genaue Idee haben, wonach wir eigentlich suchen. Und deswegen gibt es als ergänzenden Zugang auch noch das datengeleitete Vorgehen. Hier haben wir gar nicht eine bestimmte Suchanfrage, die wir formulieren, gar nicht ein bestimmtes Phänomen, nach dem wir gezielt suchen, sondern wir haben zunächst mal nur den großen, großen Datensatz und möchten die Daten ihrer Gesamtheit durchsuchen auf auffällige Strukturen, um dann erst Hypothesen zu generieren. Ja, also wir haben eine große Textsammlung und fragen jetzt den Computer, was fällt dir auf, wenn du dir die Daten anguckst? Und mehr geben wir eigentlich gar nicht vor. Wir müssen natürlich sagen, wenn wir hier von auffällig sprechen, dass wir dann von auffällig häufig reden, denn das kann der Computer gut, er kann zählen und wir können bestimmte statistische Verfahren anwenden. Ja, das ist immer wichtig, denn auffällige Strukturen, eigentlich ist Auffälligkeit etwas, was nur Menschen wahrnehmen können, die wir eben Schlussfolgerungen ziehen können, die wir deuten können. Der Computer kann das im eigentlichen Sinne nicht, aber was er sehr gut kann, ist zählen und statistische Auffälligkeiten detektieren. Das kann verwendet werden, um Hypothesen zu bilden und einige von diesen statistisch basierten Verfahren zur Sprachanalyse möchte ich Ihnen im Folgenden vorstellen. Und wir beginnen mit einem wichtigen Bereich, der sich Kollokationsanalyse nennt. Was sind Kollokationen? Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Sie kennen alle noch aus der Einführungsvorlesung von Saussure die Idee der Linearität sprachlicher Zeichen. Wenn wir uns Texte anschauen in Büchern, dann sind die zwar mit Zeilenumbrüchen auf verschiedenen Seiten abgedruckt, aber eigentlich ist doch, wenn wir es ganz runterbrechen auf das Allersimpelste, ein Text einfach eine ganz lange Verkettung von Wörtern. Im Prinzip so wie Perlen auf einer Schnur und Sie erinnern sich an die Unterscheidung von Types und Tokens. Wir können also zum Beispiel sagen, wir haben eine Perlenkette, die ist 200.000 Perlen lang und wir haben 11.000 verschiedene Perlen und die sind dann einfach so zack, zack, zack aneinandergereiht und letztlich ist ein Korpus auch in der Repräsentation im Computer nichts anderes als eine lange Zeichenkette. Und jetzt stellen wir fest, dass die Wörter nicht zufällig angeordnet sind, sondern wir finden Cluster. Es gibt eine gewisse Musterhaftigkeit. Ja, also auch bei Perlenketten haben wir das ja manchmal, dass so Regenbogenabfolgen wir finden oder so und es nicht komplett zufällig geordnet ist. Ja, also es könnte auch zufällig sein, stellen wir uns vor, wir schmeißen einfach alle Perlen in so einem großen Behälter durcheinander oder alle Wörter und ketten sie zufällig aneinander. Das ist wichtig, das wird es im Hinterkopf behalten, wie wir nachher sehen, aber so ist es eben in Wirklichkeit nicht, sondern es gibt Wörter, bestimmte Wörter, die mit anderen Wörtern zusammen vorkommen. Ja, und solche Wörter, die miteinander zusammen vorkommen, die häufig zueinander vorkommen, da kann man sagen, dass die sich gegenseitig anziehen. Da gibt es eine gewisse Assoziation zwischen diesen Wörtern. Ja, und hier nochmals mit der Perlenkette. Das ist mal ein Amazon, ein Bild, was ich mal einfach so über die Google-Suche, bunte Perlenkette mir rausgesucht habe. Hier können wir das jetzt sehen. Wenn Sie mal schauen, dann finden wir, dass mit dieser gestreiften Kugel, neben dieser gestreiften Kugel steht auffällig häufig hier in diesem kleinen Mini-Datensatz, hier so eine grüne, mit so Mini-Perlen umhüllte Kugel. Wenn wir uns jetzt vorstellen würden, dass das komplett zufällig wäre, dann würde das wahrscheinlich anders aussehen. Das ist jetzt ein winziger Datensatz, wir müssen uns das größer vorstellen, aber hier sehen wir schon mal eine gewisse Auffälligkeit. Die kommen häufiger miteinander vor, als wir es eigentlich erwarten würden, wenn es zufällig wäre. Also könnten wir davon ausgehen, diese Perlen ziehen sich sozusagen gegenseitig an. Und das können wir natürlich wunderbar dem Computer übertragen, solche Auffälligkeiten zu erkennen. Das heißt, diese Mustern, nach denen wir suchen, in Wörtern oder eben in diesem Bild auf der Perlenkette, die lassen sich mit statistischen Methoden aufspüren. Und dazu haben wir Assoziationsmaße, bestimmte Formeln, die wir den Computer durchrechnen lassen können. Und dann haben wir unsere Ergebnislisten. Es gibt verschiedene Arten von Anziehungskräften in der Sprache, die dafür sorgen, dass bestimmte Wörter miteinander zusammen vorkommen, sich eben gegenseitig anziehen. Wir haben grammatische Regeln. Zum Beispiel sagen wir im Deutschen eher nicht, heute Abend wir tanzen gehen, sondern wir sagen eben, heute Abend gehen wir tanzen. Das ist einfach die Syntax des Deutschen, die eine bestimmte Wortstellung vorgibt. Und deswegen sind eben bestimmte Co-Vorkommen, bestimmte Ko-Okurenzen, wie wir auch sagen können, häufiger als andere. Wir haben auch sowas wie semantische Anziehungskräften. Nehmen Sie so einen Satz, wie er ein Lied und ich sage Ihnen jetzt nur, dass hier ein Verb drinstehen muss. Dann werden Sie vielleicht sowas einsetzen, wie er singt ein Lied, er krächzt ein Lied, er trellert ein Lied, er komponiert ein Lied. Das heißt, nur eine bestimmte Auswahl von Verben mit einer bestimmten Bedeutung können wir hier einsetzen. Und wir können auch sehen, dass es immer eine bestimmte flektierte Form braucht, nämlich dritte Person Singular. Vielleicht können wir dann auch in Tempos variieren, aber auch das sind schon mal Festlegungen, die dafür sorgen, dass wir hier nichts Zufälliges einsetzen können. Und schließlich haben wir das, was wir idiomatische Verbindungen nennen. Zum Beispiel sich die Zähne putzen. Sie werden sich jetzt fragen, warum ist das idiomatisch? Was ist hieran eigentlich besonders? Das wird sehr deutlich, wenn wir es uns im Sprachvergleich mal anschauen. Gucken wir doch mal, wie sich die Zähne putzen in anderen Sprachen ausgedrückt wird. Welche Fremdsprachen kennen Sie? Bevor Sie jetzt weiterhören, stoppen Sie doch mal kurz und schreiben doch mal für die Fremdsprachen, die Sie beherrschen, auf, wie man sagt, ich putze mir die Zähne. Erste Person Singular Präsenz. Ja, ich zeige Ihnen mal die Ergebnisse von ein paar Sprachen. Wir sagen jeweils die fremdsprachige Formulierung und die wörtliche Übersetzung. Im Englischen sagen wir, ich bürste meine Zähne, I brush my teeth. Im Italienischen, mi lavo i denti. Ich wasche mir die Zähne. Im Französisch, ich bürste meine Zähne. Dann auf Weißrussisch zum Beispiel heißt es, ich putze die Zähne und nicht meine Zähne. Wir haben, ich säubere die Zähne. Auf Polnisch nur, ich wasche Zähne. Ja, also ohne das Possessivpronomen oder auch ohne ein Pronomen im Dativ. Ja, also das ist in jeder Sprache nochmal für sich anders. Warum das so ist, weiß kein Mensch. Ja, das hat sich halt einfach so verfestigt. Wichtig ist jedoch, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel Italienisch lernen, wir das einfach als Ganzes lernen müssen. Wir müssen als Ganzes lernen, dass Zähneputzen la vare i denti heißt. Ja, und wir können nicht einfach hergehen und aus dem Deutschen Wort für Wort übersetzen. Das heißt, wir können es schon, aber es ist dann eben eine ungebräuchliche Kollokation, wie wir sagen. Die Redeweise ist nicht idiomatisch. Okay, jetzt können wir also mal von diesen Überlegungen ausgehend mal versuchen zu definieren, was eine Kollokation ist. Ich möchte Ihnen zwei verschiedene Definitionen vorschlagen. Wir haben einmal eine, die ist eher lexikografisch orientiert. Da formuliert Chueka. A collocation is defined as a sequence of two or more consecutive words that has characteristics of a syntactic and semantic unit and whose exact and unambiguous meaning cannot be derived directly from the meaning or connotation of its components. Bei Zähneputzen ist das der Fall. Ja, das sind zwei Wörter, die zusammen vorkommen und die bilden als Ganze eine syntaktische und semantische Einheit. Und die exakte Bedeutung genau dieser Kombination kann nicht komplett vorhergesagt werden aus der Bedeutung der Bestandteile. Wir haben sowas wie Non-Kompositionalität der Bedeutung, wie man das auch nennt. Denn wir wissen zwar, was Waschen bedeutet, wir wissen, was Zähne bedeutet, aber dass man genau das hier eben Zähne waschen nennt und dass wir mit Zähne waschen eben nicht meinen wie, ja keine Ahnung, eine Spülung oder so, sondern wirklich putzen im Italienischen. Das müssen wir als Ganzes lernen. Also wir haben zwei Grundeigenschaften von Kollokationen in diesem Sinne, die Non-Kompositionalität habe ich noch gesagt und damit einhergehend sozusagen formsprachlich prägt sich das aus als Nicht-Substituierbarkeit. Und hier mal ein paar klassische Kollokationen, wie sie in vielen Lehrbüchern auch zu finden sind. Und Verdacht schöpfen zum Beispiel. Wir schöpfen ja nichts wörtlich, wie wir zum Beispiel Suppe schöpfen. Ja, auch wenn wir die Flucht ergreifen, wir ergreifen die Flucht nicht wörtlich. Also in genau dieser Kombination bedeutet ergreifen eben nicht ergreifen, sondern, ja, ist eben eine andere Formulierung für fliehen. Wir müssen Abschied nehmen, wir finden auch sowas wie sträflich vernachlässigen, grober Schnitzer. Und das Nächste ist interessant, denn wir sagen zwar starker Kaffee, aber wir sagen nicht schwacher Kaffee, sondern das Gegenteil von starker Kaffee ist dünner Kaffee. Ja, wenn wir das ohne Kaffee verwenden, was ist das Gegenteil von stark? Müssten wir wahrscheinlich schon sagen schwach, ja, aber wir sagen eben starker Kaffee, dünner Kaffee. Und das sind alles Dinge, die wir als Ganze lernen müssen, wenn wir eine Fremdsprache lernen. Ja, natürlich, wenn jemand, der Deutsch lernt und sagt, uh, der Kaffee ist aber schwach, dann ist das schon in Ordnung, ja, wir verstehen es schon, aber wir als Muttersprachler würden es so wahrscheinlich nicht sagen. Deswegen sind Kollokationen ein ganz wichtiger Bereich in der Fremdsprachendidaktik und es ist übrigens auch gar nicht mal trivial, wo man in Wörterbüchern eigentlich Kollokationen wie erfasst. Ja, Kollokationen, Wörterbücher sind ja so aufgebaut, dass sie auf Einzelwortbasis alphabetisch sortiert sind. Ja, und müssen wir jetzt im Eintrag zu dünn auch eintragen, dass man dünner Kaffee sagt. Ja, es wird dann sehr schnell unübersichtlich und da gibt es wirklich kontroverse Diskussionen unter den WörterbuchforscherInnen, wie man diese Probleme löst. Denken wir nochmal zurück an die erste Sitzung, wo wir uns mit der Theorie von Rudi Keller beschäftigt hatten, mit seiner Theorie als Sprache, als Phänomen der dritten Art. Dann können wir das jetzt sehr gut anwenden, denn Kollokationen, können wir sagen, sind verfestigte Wortverbindungen und als solche sind sie im Gebrauch entstanden und zwar eben durch Invisible Hand Prozesse. Dass wir eben dünner Kaffee sagen und nicht schwacher Kaffee sagen, dass wir sagen Zähne putzen und nicht Zähne bürsten und Zähne waschen, das hat niemand als solches so geplant, das hat sich eben eingeschliffen, aber irgendwann ist es eben eine sprachliche Struktur, an der wir uns orientieren können im Sprachgebrauch. Okay, das ist also so eine klassische Definition von Kollokationen, wie sie insbesondere in der Lexikografie üblich ist und auch in der Fremdsprachdidaktik häufig zugrunde gelegt wird. Wir können auch einen anderen Blick auf Kollokationen werfen, der viel mathematischer ist. Da formuliert Ebert es wie folgt, Und das ist etwas, was sich rein statistisch bestimmen lässt. Eine Tendenz, gemeinsam vorzukommen, können wir einfach berechnen, errechnen. Hier brauchen wir gar nicht die Bedingungen von Nonkompositionalität und Nichtsubstituierbarkeit und sie müssen auch nicht wirklich eine semantische Einheit bilden, sondern wir haben zunächst mal nur die rein mathematische Definition. Und die Anziehung wird hier also eng geführt als eine statistisch messbare Assoziation zwischen Wörtern. Das heißt, denken wir nochmal an die Perlenkette zurück, Die Wörter treten häufiger zusammen auf, als es der Fall wäre, wenn sie zufällig verteilt werden. Also häufiger, als es bei einer hypothetisch angenommenen Zufallsverteilung der Fall wäre. Diese hypothetisch angenommene Zufallsverteilung mag Ihnen jetzt kompliziert vorkommen, das ist aber tatsächlich ein wichtiger Teil dessen, was wir Signifikanz nennen im statistischen Sinne. Denn diese Überzufälligkeit, genau das, diese Überzufälligkeit nennen wir statistische Signifikanz. Es ist ganz wichtig, dass Signifikanz nicht zu verwechseln ist mit der alltagssprachlichen Bedeutung. Wir sagen, das ist ein bedeutender Unterschied oder irgendeiner Form aussagekräftig oder so. Das wären alltagssprachliche Verständnisse des Terminus Signifikanz. Im statistischen Sinne bedeutet Signifikanz im Wesentlichen Überzufälligkeit. Ja und aufgrund, auf dieser Grundlage möchte ich Ihnen nun zeigen, wie man Kollokationen eigentlich findet, beziehungsweise wie der Computer sie findet, wenn wir ihm die Aufgabe übertragen, Kollokationen zu errechnen. Das geht nämlich tatsächlich automatisiert, indem wir folgendes machen. Wir haben ein Textkorpus und in diesem Korpus zählen wir Wortpaare aus. Und zwar alle Wortpaare. Das sind dann manchmal wirklich sehr viele. Wenn wir einen Korpus haben, was ein paar Millionen Wörter groß ist, sind es dementsprechend viele Wortpaare. Aber ich mache es mal hier an einem ganz, ganz kurzen Beispiel. Ein Satz wie, meins steckt tief in der Krise und muss da in der Liga federn lassen. Jetzt können wir hier Wortpaare bilden. Und zwar wie folgt. Meins steckt. Wir gehen dann eins weiter. Steckt tief. Tief in. In der. Und jetzt schauen wir mal an. In der kommt sogar schon zweimal vor. Das heißt, hier habe ich es mal markiert. Zweimal in der. Der Krise. Krise und und musste. Musste in. Und so weiter und so fort. Und das machen wir mit dem ganzen Korpus und zählen dann aus. Wir finden dann noch sowas wie federn lassen. Federn lassen ist ein interessantes Wortpaar. Ja, denn das werden wir auch im ganzen Korpus nicht wahnsinnig häufig finden, aber wir werden es eben doch häufiger finden. Ja, und federn lassen, das wäre auch eine Kollokation im anderen Sinne. Im lexikografischen Sinne ist ja tatsächlich so eine Art Redewendung. Ja, federn lassen, was gerade in der Fußballberichterstattung häufig ist. Und der Computer ist da tatsächlich in der Lage, solche Wortpaare zu erkennen. Wie macht er das? Denn wir stufen jetzt am zweiten Schritt die Wahrscheinlichkeit bzw. die Unwahrscheinlichkeit der Wortpaare ein, gemäß der Gesamtverteilung. Und jetzt schauen wir nochmal, das Wortpaar in der kommt zwar häufig vor, ist aber auch leicht zu erklären, weil nämlich die Wörter in und der insgesamt wahnsinnig häufig sind. In fast jedem Korpus des Deutschen ist es so, dass die Wörtchen in und der zu den häufigsten Wörtern überhaupt zählen. Und dann ist es auch nicht überraschend, dass sie dann auch häufig zusammen vorkommen. Ja, hingegen federn ist ein sehr seltenes Wort im Korpus. Wir finden aber, wenn es überhaupt vorkommt, dann meistens in Kombination mit lassen. Und dann haben wir also Kandidaten für Kollokationen, so können wir das nennen. Nämlich Wortpaare, deren Teile für sich genommen selten, aber wenn, dann eben häufig zusammen auftreten. Das ist eine ganz simple, rein mathematisch ausdrückbare Idee. Ja, und so scannen wir unser Riesenkorpus durch und bekommen dann eine Liste mit Kandidaten. Und das Ganze möchte ich Ihnen mal zeigen an einem Korpus, das ich auf diese Art und Weise analysiert habe, nämlich Bundestagsplenarprotokolle aus der aktuellen 19. Legislaturperiode. Insgesamt 156 Sitzungen, das sind dann so 9 Millionen Wörter. Die Daten können Sie übrigens auch selber beziehen unter dieser URL hier. Und wir finden dann sehr viele Namen, ja, denn Namen erfüllen genau diese Bedingungen am allerbesten, dass die, als Beispiel Gauland, ja, Gauland kommt häufig zusammen vor mit Alexander, Lindner kommt häufig zusammen vor mit Christian, Kipping zusammen mit Katja und so weiter. Aber wenn wir die Namen mal rausnehmen, dann bekommen wir diese Liste hier. Ja, wichtig ist, ich habe ihm folgende Parameter übergeben, das sind Wortpaare, die mindestens fünfmal vorkommen. Es dürfen aber im Originaltext zwischen den Komponenten noch mindestens, höchstens vier andere Wörter stehen. Ja, dann wird die Liste nochmal ein bisschen länger, ja, aber auch immer, es ist immer noch eine rein mathematisch bestimmbare Bedingung, die ich dem Computer aufgetragen habe. Und wir können natürlich jetzt diese Liste ganz hervorragend ergänzen, einfach auf Grundlage unserer muttersprachlichen Kompetenz. Ja, Sie werden ja auf den ersten Blick gesehen haben, dass es sich hier um Redewendungen handelt. Und wir können die mal ergänzen. Also vielen Dank, klar, das ist einfach das, was wir eine Routineformel nennen. Das kommt häufig vor in dem Bundestagsplenarreden, meistens am Ende oder manchmal auch am Anfang, dass sie der, dass dem Bundestagspräsidenten oder der Bundestagspräsidentin gedankt wird. Aber dann haben wir eben sowas wie Dreh- und Angelpunkt, sich etwas auf der Zunge zergehen lassen, die Quadratur des Kreises, den Gürtel enger schnallen, Äpfel mit Birnen vergleichen und so weiter. Und das ist doch wirklich faszinierend, dass wir mit so einer Auswertungsmethode, die rein mathematisch definiert ist, zu solchen sprachlichen Einheiten kommen, die in sich sinnvoll sind. Und wir müssen nochmal uns klar machen, der Computer versteht selber überhaupt nichts von dem, was er da macht. Der erzählt einfach nur Buchstabenketten. Das könnten auch totale Nonsenswörter sein und Aneinanderreihung von Nonsensbuchstaben folgen. Er würde immer irgendetwas finden, aber bei natürlicher Sprache ist es eben auffällig, dass er auf diesem Wege tatsächlich häufig bei Redewendungen, festen Wortverbindungen, Phrasen, wie wir es auch nennen können, rauskommt. Faszinierendes Verfahren, was ich Ihnen sehr empfehlen kann, das mal auszuprobieren. Da gibt es entsprechende Software dazu. Was wir auch machen können, ist, dass wir nicht alle Wortpaare im Korpus berechnen, sondern wir interessieren uns jetzt nur für Wortpaare, in denen ein bestimmter Ausdruck vorkommt. Das ist eine andere Art von Kollokationsanalyse. Das heißt, wir finden dann hier ein Kollokationsprofil, wie wir das nennen. Und was wir dann erhalten, ist eine Liste von Wörtern, die im Kontext eines Suchausdrucks überzufällig häufig vorkommen. Ich werde es gleich erklären, genauer zeigen, wie es funktioniert. Aber nochmals als Erinnerung zur letzten Sitzung. Da hatte ich Ihnen hier so ein Konkurrenzprofil, wie das heißt, des deutschen Referenzkorpus gezeigt, zum Ausdruck Korpus. Und genau das, was ich gerade berichtet habe, ist hier gemacht worden. Wir finden hier Wörter, wie Saite, Kreuz, Gitarre, Holz, Hals, Instrument, Gusseisern und so weiter, die im direkten Kontext des Wortes Korpus überzufällig häufig vorkommen. Und dann können wir auf dieser Grundlage so eine Art semantisches Profil entwickeln. Ich möchte aber das nicht an diesem Beispiel genauer erklären, sondern ich möchte wiederum mit dem Korpus der Bundestagsplenarprotokolle arbeiten. Nehmen wir hier mal das Lämmer Flüchtling. Lämmer, weil wir auch flektierte Formen haben wollen, also im Singular, aber auch im Plural und in verschiedenen Kasus. Also hier Dativ und so weiter. Und wir bilden jetzt eine sogenannte Keywords-in-Kontext-Liste. Das sind also einfach die ganzen Belege übereinander. Das wird im Computer entsprechend repräsentiert. Und jetzt bilden wir ein sogenanntes Fenster. Da ist üblich... So, Entschuldigung, da war das Telefon. Nochmal von vorne, weil ich nicht mehr wusste, weil ich nicht mehr weiß, wo ich gerade war. Wir bilden ein sogenanntes Fenster. Da ist der übliche Wert fünf Wörter links und fünf Wörter rechts. Ja, das habe ich hier mal fett hervorgehoben. Oder in dem Fall sind es vier Wörter links und vier Wörter rechts, entschuldigen Sie. Und das nehmen wir jetzt mal als die eigentliche Zielgröße. Wir schauen jetzt an. Wir zählen jetzt in diesen Fenstern einfach mal alle Wörter aus. Ja, wir bilden Frequenzlisten. Und wenn wir jetzt nur mal schon auf den allerersten Blick hier mal drüber schweifen lassen, unseren Blick, dann fällt uns hier vielleicht schon was auf. Nämlich wir finden in diesen, keine Ahnung wie viele, es sind 20 Belegen, allein schon viermal das Wörtchen so genannt. Und so genannt ist nicht wirklich ein häufiges Wort, würde ich meinen. Aber offenbar hat in diesem Korpus, und wir werden nachher noch sehen, um welche Partei es sich hier in erster Linie handelt, in diesem Korpus von Bundestagsplenarprotokollen neigt das Wort Flüchtling dazu, zusammen mit dem Wort so genannt vorzukommen. Ja, und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, hier sehen Sie jetzt so ein Kollokationsprofil des Wörtchens Flüchtling. Und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie man genau zu dieser Liste kommt, die Sie hier auf der rechten Seite sehen. Denn wir schauen uns zunächst mal an, wie häufig das Wort so genannt insgesamt vorkommt. Dann finden wir es 2265 Mal kommt es vor, also 233 Mal pro Millionen Wörter. Wenn wir jetzt uns mal schauen, dass wir, wie oft es in diesem Fenster vorkommt, was wir gebildet haben, im Fenster von vier Wörtern links und vier Wörtern rechts, dann finden wir, dass es dort 30 Mal vorkommt. Ja, dieses Fenster ist insgesamt viel weniger Wortmaterial. Und deswegen können wir hier die relative Häufigkeit ausrechnen und kommen raus bei 2005 Mal pro Millionen Wörter. Ja, es wird also bis zu knapp zehn Mal so häufig im Fenster von Flüchtling verwendet, als insgesamt. Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass das Korpus komplett zufällig durchgeschüttelt wäre, wie wir das vorhin gesehen haben mit der Perlenkette, wenn das einfach rein zufällig wäre, dann dürfte es keinen Unterschied geben zwischen der Gesamtverteilung im Gesamtkorpus und der Verteilung im Fenster. Ja, das wäre einfach komplett gleichmäßig durchgemischt, ist es aber eben faktisch nicht. Ja, und deswegen können wir jetzt ausrechnen, den Unterschied zwischen den beobachteten relativen Häufigkeiten und der eigentlich erwarteten, also nur hypothetisch angesetzten Gleichverteilung. Ja, wir sprechen dann in der Statistik von Expected Values und Observed Values, also erwartete Werte und beobachtete Werte. Das können wir mit einer bestimmten Formel verrechnen und dann bekommen wir einen sogenannten LLR-Wert heraus. Das müssen Sie sich nicht merken und die Formel müssen Sie schon gar nicht können, aber ich möchte Ihnen eben einmal zeigen, wie so von der Grundidee die Berechnung von Signifikanz aussieht. Ja, und das sind so hohe Werte, dass wir sagen können, P ist ungefähr 0, also P ist hier 0,0001 oder so. P zeigt an, die Wahrscheinlichkeit, mit der man davon ausgehen kann, dass der beobachtete Unterschied tatsächlich ein überzufälliger Unterschied ist. Die Details mit der Statistik, bitte, müssen Sie sich nicht merken, aber ich wollte Ihnen eben doch mal erklärt haben, wie so ungefähr die Berechnung im Hintergrund aussieht. Genau, und das ist eben jetzt interessant, wenn wir solche Kollokationsprofile erstellen, weil wir doch sehr präzise erheben können, die Verwendungsweisen auch sozusagen semantische Profile und das ist gerade dann interessant, wenn wir es eben mit Spezialkorpora zu tun haben. Ja, und wir können jetzt eben auch hergehen und können aus den Kollokationsprofilen Rückschlüsse ziehen auf typische Gebrauchsweisen von Wörtern und auch typische Verwendungskontexte und das ist wunderbar anschlussfähig an das, was Ludwig Wittgenstein in seinen philosophischen Untersuchungen formuliert hat. Der hat sich dort die Frage gestellt, was eigentlich Bedeutung ist und er hat dann formuliert in einem ganz berühmten Diktum, man kann für eine große Klasse von Fällen der Benutzung des Wortes Bedeutung, wenn auch nicht für alle Fälle seiner Benutzung dieses Wort so erklären. Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Das ist die sogenannte Gebrauchstheorie der Bedeutung, die sich radikal unterscheidet von anderen Theorien der Bedeutung. Ja, wir können ja zum Beispiel sagen, Bedeutung ist sozusagen die Menge der Gegenstände, auf der wir uns beziehen, sind mentale Repräsentationen und so weiter und Wittgenstein hat gesagt, das brauchen wir gar nicht. Wir müssen einfach nur gucken, wie wird ein Wort eigentlich genau verwendet und genauer gesagt, mit welchen anderen Wörtern wird ein Wort zusammengewendet, verwendet. Ja, und zum Beispiel, gehen wir nochmal zurück, die Bedeutung des Wortes Flüchtling im politischen Diskurs der letzten Jahre ist eben unter anderem, dass es sich um vielfach um syrische, um minderjährige Flüchtlinge handelt, dass es darum geht, dass Flüchtlinge als solche anerkannt werden müssen oder eben nicht werden. Es geht um die ankommenden Flüchtlinge, um die Rückkehr von Flüchtlingen und das ist sozusagen das semantische Profil, was wir auf diese Art und Weise sehr elegant erheben können. Ja, und das Ganze ist natürlich interessant eben bei Spezialkorpora. Also es ist auch schon aufschlussreich, einmal das gesamte deutsche Referenzkorpus durchzujagen, aber besonders interessant ist es, wenn wir Domänen-typische Kollokationsprofile auch kontrastiv untersuchen. Das geht ganz hervorragend an genau diesem Korpus, das ich Ihnen gerade gezeigt habe, den Bundestagsplenarprotokollen, weil wir hier ja verschiedene Parteien haben. Jetzt fragen wir doch einfach mal, bedeutet das Wort Flüchtling in der AfD was anderes als in der CDU oder bei den Linken oder bei den Grünen? Ich glaube, davon dürfen wir ausgehen, aber wie genau, schauen wir uns doch einfach mal an. Wir finden hier also die Kollokationen von Flüchtlingen in Bundestagsreden der aktuellen Legislaturperiode, 9,7 Millionen Wörter. Ich habe Ihnen hier mal die vier Fraktionen, CDU, CSU, SPD, Grüne und AfD aufgeführt. In blau hervorgehoben so ein paar Dinge, die ich interessant finde. Das ist jetzt dann natürlich immer noch eine Interpretationsfrage, aber zum Beispiel ist bei der CDU, CSU von Integration die Rede. Das ist ein typisches konservatives Thema, dass Flüchtlinge als die zu Integrierenden thematisiert werden. Wir haben bei der SPD nochmals ein paar andere Nuancen. Da gibt es Dinge, die sind doppelt sich. Da ist auch von Minderjährigen, von Syrischen, von Millionen und so weiter die Rede. Wir finden hier eben auch die Rede von Binnenflüchtlingen, also innerhalb von bestimmten Staaten verbunden zum Beispiel. Die SPD interessiert sich bei weitem nicht nur für die Flüchtlinge, die in Deutschland ankommen, sondern hat thematisiert auch Flüchtlinge weltweit. Und interessant ist auch hier Vertriebene. Also Flüchtlinge werden hier auch als Vertriebene adressiert, was ja doch ein bisschen andere Perspektive ist auf Flüchtlinge. Nochmals anders ist es bei den Grünen. Schauen Sie mal, da geht es hier um gerettet, Lifeline, Seenotrettung, Schiff und auch Fliehen. Also hier wird gar nicht mal so sehr aus der Perspektive des Aufnehmerstaates thematisiert. Das ist bei der CDU und CSU und bei der SPD vor allem der Fall. Da geht es hier um das Bundesamt. Es geht eben darum, dass Flüchtlinge aufgenommen werden sollen, dass sie anerkannt werden. Es geht auch darum, schauen Sie mal hier, wie Flüchtlinge verteilt werden. Das ist bei den Grünen viel weniger Thema. Sondern hier stehen vielmehr die Flüchtlinge als Einzelpersonen in ihren Einzelschicksalen im Fokus, insbesondere mit Bezug auf die häufig sehr gefährlichen Fluchtwege über das Mittelmeer. Und dann wiederum bei der AfD. Schauen Sie mal, hier ist auch das Mittelmeer-Thema, aber im Kompositum Mittelmeermigranten. Und hier fällt es jetzt auf, so genannt. Das ist ganz typisch für die AfD. Und tatsächlich ist die AfD die einzige Fraktion im Bundestag, die Flüchtlinge mit so genannt kombiniert. Sie verweigern tatsächlich vielen Flüchtlingen überhaupt den Status, Flüchtlinge zu sein. Sie sprechen allerhöchstens von Wirtschaftsflüchtlingen. Aber sie sind eben nicht bereit zu akzeptieren, dass die tatsächlich vertrieben werden, auf der Flucht sind. Sondern das sind vor allem eben, ja, Sie kennen die ganzen Argumente, dass Sie in die Sozialsysteme einwandern und so weiter. Interessant ist geduldet. Also hier geht es, das ist noch ein interessanter Kontrast. Wir haben hier anerkannt und die geduldeten Flüchtlinge. Das ist doch ein kleiner, aber feiner Unterschied. Hier finden auch hier so etwas wie Rückkehr. Also nur die AfD und die CDU, CSU machen sich intensiv auch Gedanken darüber, wie Flüchtlinge endlich wieder zurückkehren können, wie sie umgesiedelt werden können. Es geht um die Rücknahme von Flüchtlingen. Und die AfD ist auch sehr gerne dabei, wenn es darum geht, die vermeintliche Illegalität und Neigung zu kriminellen Machenschaften von Flüchtlingen zu behaupten. Ja, also hier mal so ein kurzer Einblick, wie wir Kollokationsanalysen auch nutzen können für die Analyse politischer Sprache. Wir werden das Ganze auch noch aufgreifen in der Sitzung zum Thema Politolinguistik. Noch ein anderes Beispiel möchte ich Ihnen zeigen. Vielleicht ein bisschen ein erfreulicheres. Ich habe ein Korpus auf meiner Festplatte mit Fan Reports von Eventim.de. Eventim.de ist dieser Tickethersteller. Sie kennen das. Und da haben wir einen, da finden wir sogenannte Fan Reports, in denen, nicht Tickethersteller, Entschuldigung, Ticketverkäufer. Und wenn Sie ein Ticket kaufen bei Eventim, dann werden Sie aufgefordert, auch das Konzert, auf dem Sie gewesen sind, zu bewerten, so einen kurzen Review zu schreiben. Und das Korpus ist 28 Millionen Wörter groß, also recht viele Fan Reports. Und was habe ich gemacht? Ich habe jetzt Kollokationen berechnet zu seine Stimme versus ihre Stimme und habe das Ganze hier in so einem Graphen mal visualisiert. Wir finden in der Mitte Wörter, die mit beiden zusammen vorkommen und was Sie hier rechts finden und nur mit Stimme W, W für weiblich, verbunden ist. Das sind Wörter, die nur mit ihrer Stimme zusammen vorkommen und hier Wörter, die nur mit seiner Stimme zusammen vorkommen. Und das ist interessant, wenn wir hier mal schauen, sowas wie Wiedererkennungswert oder überwältigend, beeindruckend, genial, reif, glasklar. Das sind Dinge, die männlichen Stimmen zugeschrieben werden. Hingegen sowas wie atemberaubend, umwerfend, warm, stark, wunderschön ist etwas, was mit weiblichen Stimmen assoziiert wird. Wir müssen uns klarmachen, das sind natürlich Zuschreibungen, Stereotype. Wir können so nicht herausfinden, wie männliche Stimmen tatsächlich sind. Sehr wohl aber können wir was darüber herausfinden, wie männliche Stimmen typischerweise beschrieben werden. Und dann finden wir auch solche Dinge, dass der Körper zum Beispiel bei weiblichen Stimmen auch eher mit thematisiert wird, was wir so bei männlichen Stimmen nicht finden. Also das ist gerade für die Untersuchung von Gender-Stereotypen und Gender-Zuschreibungen eine wirklich interessante Quelle und eine interessante Methode. Gut, das Verfahren, was ich Ihnen gezeigt habe, überzufällig häufige Wörter zu suchen, das haben wir ja bisher angewendet auf den Vergleich von diesem sogenannten Fenster mit dem Gesamtkorpus. Aber dieses Verfahren als solches können wir auch auf andere Corpora anwenden. Wir können auch zwei verschiedene Corpora miteinander verrechnen oder wir können Subcorpora mit dem Gesamtkorpus verrechnen. Das ist ja auch schon das, was wir gemacht haben bei dem Fenster, aber wir nehmen jetzt andere Kriterien, ziehen wir heran. Dieses Verfahren nennt man Keyword-Analyse. Signifikant häufige Wörter in einem Zielkorpus im Vergleich mit einem Vergleichskorpus. Schlüsselwörter, das ist nicht zufällig gewählt, dieser Ausdruck, weil diese Wörter tatsächlich häufig semantisch besonders auffällig sind und irgendwie sowas wie das besondere Profil einer bestimmten Textsorte zum Beispiel zeigen. Ich möchte das abermals vorführen anhand des Korpus mit den Plenarprotokollen. Ich habe mal alle Reden der AfD-Fraktion hergenommen und habe geschaut, welche Wörter kommen hier überzufällig häufiger vor als im Gesamtkorpus. Dann finden wir sowas wie Merkel, das Volk, Altparteien, sowas wie illegal links, der Islam ist natürlich Thema, sozialistisch, also die Schreckensvision, dass wir uns in einem sozialistischen Staat bewegen. Aber es gibt noch andere interessante Dinge, denn schauen Sie mal, so genannt kommt hier auch wieder vor. Also nicht nur bei Flüchtlingen typisch, sondern insgesamt ist die AfD sehr, sehr gut darin, Dinge als nur so genannt auszugeben. Angeblich geht es in eine ganz ähnliche Richtung und hier, schauen Sie mal, wir haben hier Anführungszeichen. Wir finden zum Beispiel ganz häufig die sogenannte Verkehrswende, die sogenannte gendergerechte Sprache. Das ist ein ganz typisches Muster bei populistischen Parteien, was auch in der Forschung beschrieben wurde, dass so Manipulations- und Verschleierungsvorwürfe erhoben werden und die AfD inszeniert sich dann als diejenigen, die gewissermaßen die Masken herunterreißt und sozusagen den Finger in die Wunde legt und die Wahrheit ausspricht, wie Dinge eben tatsächlich genannt werden sollten. Ja, und da sind solche Ausdrücke wie so genannt und angeblich probate Mittel, die wir auch in dieser Form übrigens in Verschwörungsmythen ganz häufig finden. Ja, auch dazu gibt es Forschungen und dass es eine gewisse Nähe gibt zwischen Verschwörungsmythen und Rechtspopulismus, lässt sich auf diesem Weg sehr elegant zeigen. Bei der Linken sieht es ein bisschen anders aus. Hier haben wir natürlich auch Dinge, die für die Partei besonders kennzeichnet sind. Ja, Beschäftigte stehen hier im Korpus, im Fokus. Profit- und Niedriglöhne, Sozialwohnungen, Hartz IV. Gegen Rüstung wird protestiert. Völkerrechtswidrig, Kinderarmut. Das sind so die ganz klassischen linken Themen. Aber schauen Sie mal hier, das Wort endlich ist ja auch interessant. Fangen Sie endlich an, wirklich etwas gegen Armut und Kinderarmut zu tun zum Beispiel. Ja, es ist, so wäre meine Deutung, ein typisches Zeichen für oppositionellen Sprachgebrauch. Und das wird gestützt durch die Beobachtung, dass wir bei den Grünen auch das Wort endlich ganz besonders häufig finden. Ja, übrigens finden Sie hier, je größer, desto signifikanter. Ja, es ist also nicht die Häufigkeit der Wörter, sondern je größer ein Wort ist, desto größer ist der Unterschied. Und desto überzufälliger ist sozusagen der Unterschied. Aber das nur am Rande. Wir finden auch hier wiederum für die Parteilinie das entscheidende Klimaschutz, ökologisch und so weiter, aber dann eben auch so etwas wie endlich, wirklich, wir brauchen endlich, wollen Sie wirklich behaupten und so weiter. Auch das wieder typischer oppositioneller Sprachgebrauch. Und schauen Sie mal hier, das ist die FDP als letzte Oppositionspartei, die ich noch thematisieren möchte. Hier haben wir auch wieder endlich und was ich sehr interessant finde, ist das Wörtchen doch. Sie müssen doch einsehen und so weiter. Das ist also auch hier eine Modalpartikel, die häufig in Widerspruchskontexten auftaucht. Und Widerspruch ist natürlich ein Sprechakttyp, den wir von Oppositionsparteien besonders häufig erwarten dürfen. Ja, also so kann man sich nur auf der Grundlage der Berechnung von signifikant häufigen Wörtern einen ganz guten Eindruck verschaffen über typische Sprachgebräuche bei uns im Parlament. Und damit komme ich zur dritten Methode, die ich Ihnen vorstellen möchte, die Analyse von N-Grammen. Was ist ein N-Gram? Ein N-Gram ist eine Folge aus N-Einheiten und für Einheiten, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können Zeichen, also Buchstaben heranziehen. Wir können Lämmerter hernehmen oder auch Wortformen. Erinnern Sie sich bitte an die Wortpaare, die wir vorhin besprochen hatten bei der Berechnung von Kollokationen. Wortpaare sind deswegen Bigramme, die aus zwei Worten bestehen. Ja, aber wir können auch Trigramme bilden, Tetragramme, Pentagramme, Hexagramme und so weiter. Da gibt es keine Grenzen. N-Gramme haben ein weites Anwendungsspektrum. Ich möchte mal nennen die Kryptografie, also Verschlüsselung von Dateien und auch die Entschlüsselung von verschlüsselten Texten. In der Korpuslinguistik natürlich, wie ich gleich zeigen werde, aber auch in der forensischen Linguistik, also vor Gericht, wenn es zum Beispiel Täterprofile anhand von Texten rekonstruiert werden sollen, Autorschaftserkennung und so weiter und auch automatisierte Informationsgewinnung, sogenannte Methoden des Textmining, wenn wir also herausfinden wollen, worum geht es in einem Korpus, was sind die wichtigsten Themen und sogar für Textgenerierungszwecke, wenn wir also statt Machine Learning Sprachmodelle trainieren, welche dann eigenständig Texte schreiben, auch die bauen im Wesentlichen auf, aus der Analyse von N-Grammen. Darauf möchte ich jetzt hier im Detail nicht eingehen, auf diese avancierten technischen Methoden, aber ich wollte es mal erwähnt haben, dass überall in diesen modernen Machine Learning Technologien N-Grammen Analysen eine ganz wichtige Rolle spielen. Das hatte ich schon gesagt, Wortpaare sind eben Bigramme und jetzt gehen wir mal zur Stilometrie. Stilometrie, der Name sagt es, da geht es um die Messung stilistischer Eigenschaften von Texten und das Ganze können wir eben verwenden zur Autorschaftserkennung. Da gibt es verschiedene Anwendungsfelder, wir können zum Beispiel in Literaturwissenschaft, wenn wir ein Manuskript haben, und da gibt es die These, dass das von Goethe stammt und wir möchten das gerne überprüfen, dann können wir mit solchen N-Grammen Analysen vorgehen, aber eben auch vor Gericht. Wir haben ein Erpresserschreiben und wir möchten rausfinden, wer war das, oder wir haben Drohbriefe und möchten rausfinden, wer war das und wir haben eine Reihe von Kandidaten, von denen wir glauben, die könnten es vielleicht sein, dann können wir mit solchen Methoden sehr gute Hinweise dafür finden, und von wem ein Text tatsächlich stammt. Und es gibt hier, und das ist das Faszinierende daran, eine Methode, die sehr verlässlich ist, nämlich Buchstaben-N-Gramme. Was in Buchstaben-N-Gramme, das möchte ich Ihnen zeigen, hier mal auch wiederum das Korpus der Bundestagsprotokolle, hier finden wir Buchstaben-Trigramme mit den Häufigkeiten. Das sind jetzt hier die häufigsten 20. Der Unterstrich steht immer für ein Leerzeichen. Der wird hier als eigenes Zeichen erfasst, damit es sichtbar ist, habe ich es mal als Unterstrich gefasst. Und dann EN-Leerzeichen ist das häufigste, ER-Leerzeichen ich und so weiter. Und wir haben jetzt, das macht man meistens so, man nimmt die ersten 500 Positionen und die Frequenzen, und wenn man das miteinander vergleicht, bei zwei verschiedenen Corpora, dann kann man da bestimmte Übereinstimmungen oder eben Abweichungen erkennen. Und Sie wissen vielleicht, kennen vielleicht dieses Buch, The Cuckoo's Calling, von Robert Galbraith. Das war ein Krimi in England, der ziemlich gefloppt ist, bis Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler mithilfe eben genau dieser Methode zeigen konnten, dass Jane K. Rowling diesen Text geschrieben haben muss. Die Harry Potter-Autorin, sie wissen das. Und tatsächlich, das war so, sie hat das dann auch zugegeben, dass sie hier unter Pseudonym dieses Buch veröffentlicht hatten, dann ist es natürlich sofort ein Bestseller geworden. Und jetzt fragen sie sich, das ist ja, wie soll das funktionieren? Denn das hier ist ein Krimi und das andere sind diese Harry Potter-Bücher, die handeln von ganz verschiedenen Dingen, aber stilistische Eigenheiten, also bestimmte Satzstrukturen, die K. Rowling besonders gerne verwendet. Oder bestimmte Wortkombinationen, etwas, was sie möglicherweise gar nicht reflektieren kann, die sind eben trotzdem, obwohl die Texte von völlig unterschiedlichen Dingen handeln, textübergreifend typisch für genau diese Autorin und so konnte man das zeigen. Ich habe das mal gemacht mit den State of the Union-Reden. Also einmal im Jahr hält der amerikanische Präsident eine Rede zur Lage der Nation. In Wahljahren heißt die noch mal ein bisschen anders, dann ist es die Rede 100 Tage nach Amtsantritt vor dem Kongress, aber die erfüllt eine ganz ähnliche Funktion. Und hier habe ich mal die Reden genommen seit Ronald Reagan bis heute und habe hier auch so eine Buchstaben-N-Gramm-Stilometrische Analyse gemacht und habe Cluster gebildet. Da gibt es eine Software, die macht das für mich und wir finden hier ganz faszinierend, dass erstens natürlich die einzelnen Autoren nah beieinander stehen. Also hier alle Bush reden, alle Trump reden, alle Reagan reden. Bei Obama und Clinton vermischt es sich ein bisschen. Aber schauen Sie mal, hier oben sind die Republikaner und hier sind die Demokraten. Ja, George Herbert W. Bush, also der Ältere von den beiden, der ist hier irgendwo in der Mitte, ja, der kann sich nicht so ganz entscheiden, ob er vom Sprachgebrauch eher den republikanischen oder den demokratischen Stil anhängt, aber bei den anderen ist es eben doch sehr klar. Und selbst so etwas wie politische Lager schlagen sich offenbar nieder in gewissen stilistischen Eigenschaften, die wir auf Grundlage so einer rein mathematischen Berechnung erheben können. Interessant ist nun Joe Biden mit seiner jüngsten Rede, der hat sich hier einsortiert in die Riege der Demokraten, was ja auch genau der Vorhersage entspricht. Trigramme lassen sich eben auch auf Wortbasis berechnen und dann wird es auch für Menschen interessanter und lesbarer, also wenn wir uns hier diese Listen anschauen, das ist ja, gut, hier sieht man sowas wie ich und der, die und so ein, aber ansonsten ist es ein bisschen nichts sagen, diese Liste, aber wenn wir das Ganze mit Wörtern machen, dann wird es schon interessanter. Und wir sehen eben, wenn wir nur Einzelwörter auszählen, ich hatte Ihnen das gezeigt letztes Mal, die häufigsten Wörter sind immer in, der, die und und so weiter, das ist nicht sonderlich aussagekräftig, aber wenn wir das mit Trigramm machen oder auch mit noch größeren Mustern, dann kommen wir sehr schnell zu interessanten Ergebnissen. Ich habe hier mit einem Korpus, was ich habe, ich verrate Ihnen noch nicht, welche Textsorte das ist, ich habe hier mal Pentagramme ausgezählt, also fünf Wortverbindungen, die häufigsten, einfach mal aufgelistet in absteigender Frequenz. Machen wir uns auf den, auf der anderen Seite des, wir uns auf den Weg, auf der Suche nach einem, im wahrsten Sinne des Wortes, ein schöner Blick auf die, handelt es sich um eine, am nächsten Tag geht es, wir entscheiden uns für die, ist es nicht mehr weit, ganz in der Nähe, das ist auf jeden Fall eine. Was meinen Sie, was ist das für eine Textsorte, haben Sie eine Idee? Ich glaube, man hat doch sehr schnell einen Verdacht und ich löse es gerne auf, es handelt sich um Reiseberichte. Es gab mal auf geode, ist leider inzwischen abgestellt, so eine Rubrik Reise-Community, wo Reisende ihre eigenen Reiseberichte hochladen konnten, das waren hier 6.000, fast 6.000 Stück und da einfach mal die häufigsten Pentagramme, dann sehen wir eben, dass es so gewisse Formulierungen gibt, die immer wieder auftauchen, die geradezu Stereotyp sind, Versatzstücke, auf die Reisende, ob sie es nun beabsichtigen oder nicht, immer wieder gerne zurückgreifen, wenn sie reisen. Und wir können ja sagen, Tourismus, selbst wenn es sich um Individualtourismus handelt, hat ja trotzdem auch was gleichförmiges, standardisiertes, Touristen sehen irgendwie doch auf eine Art immer gleich aus und tun auf eine Art doch immer ähnliche Dinge und genauso können wir auch sagen, im Schreiben über ihr Reisen verwenden sie doch immer ähnliche Ausdrucksweisen, sowas wie ein schöner Blick auf die Altstadt oder ähnliches. Jetzt versuchen wir noch im letzten Schritt mal zu kombinieren. Wir hatten besprochen Keyword-Analyse, wir hatten besprochen N-Gram-Analyse und jetzt können wir natürlich auch signifikant häufige N-Gramme berechnen. Zum Beispiel, was habe ich gemacht? Ich habe Part-of-Speech-Trigramme, jetzt kommt mal alles zusammen, also wir können ja Trigramme nicht nur bilden aus Wortformen, wir können es auch aus Lämmerter machen oder auch aus Wortarten, also Part-of-Speech-Trigramme in den Georeiseberichten und ich habe sie verrechnet mit einem Zufallssample aus deutschsprachigen Online-News. Da gibt es einen Korpus, was wir auf der Seite Wortschatz-Uni Leipzig kostenlos runterladen können und damit einfach mal rechnen. Und dann finden wir solche Muster. Adverb, finites Verb, Personalpronomen, sowas wie hier gibt es, dann ging es, dann fuhren wir. Das sind die häufigsten Instanziierungen, wie wir sagen, von diesem syntaktischen Muster und das ist eben so ein Muster, was häufig verwendet wird, als gerade wenn sozusagen die Verkettung von verschiedenen touristischen Aktivitäten beschrieben werden soll. Dann ging es, dann fuhren wir, was so häufig als Scharnier gilt, zwischen zwei Ereignissen, zwei berichtenswerten Geschehnissen. Wir finden auch einfach drei Adverbien hintereinander, das kommt in Reiseberichten auch häufiger vor als in Online-News. Auch heute noch immer mal wieder, auch schon wieder, jetzt nur noch. Und mein liebster Befund ist das hier, Artikel, ein attributives Indefinit-Pronomen, Substantiv. Die häufigsten Inszenierungen sind ein paar Tage, ein paar Stunden, eine andere Welt und besonders interessant, die meisten Touristen. Die meisten Touristen, wenn wir uns das mal überlegen, was leistet die meisten Touristen? Geo, die Geo-Reise-Community ist eine Community, wo sich Individualtouristen versammeln und über ihre Individualreisen berichten. und was mit die meisten Touristen getan werden kann, ist sich als Individualtourist abgrenzen von den anderen. Dann würde man sagen, die meisten Touristen geben sich damit zufrieden, einfach nur einmal die Rialto-Brücke abzufotografieren und dann wieder ab ins Hotel. Wir hingegen, wir sind solche Spezialkenner von Venedig, wir wissen natürlich, dass besonders interessant ist es hier, da und da. Und wir finden genau diese Formulierung, die meisten Touristen, die immer benutzt wird, zur Abgrenzung von eben diesen meisten Touristen, um sich selber als umso besondererer Individualtourist inszenieren zu können. Das ist einfach sehr häufig, kommt häufig vor und das ist eine Beobachtung, auf die wir wahrscheinlich beim Lesen von diesen Reiseberichten selbst nie gekommen wären. Das wäre uns vielleicht nicht aufgefallen oder zumindest wüsste ich nicht, es ist unwahrscheinlich, dass man diese Hypothese einfach so gebildet hätte. Aber ich hatte Ihnen ja eingangs gesagt, dass diese datengeleitenden Erfahrungen dazu da sind, Hypothesen zunächst mal zu generieren. Und das wäre jetzt genauso eine Hypothese, die wir auf Grundlage eines solchen Befundes generieren könnten, dass sich Individualtouristen auf eine bestimmte Art und Weise positionieren und sich abgrenzen vom Pauschaltourismus und dass es dafür stehende Formeln gibt. Und wir haben ja auch eine ganz interessante Spannung, gerade zum Gegensatz. Einerseits versucht man sich als besonders darzustellen, aber in genau dieser Darstellung als besonders geht man auch wieder unter in der großen Masse der Individualtouristen. Also das als kleine Veranschaulichung, was man mit diesen Daten anfangen kann und wie man dann auch zu kulturwissenschaftlich interessanten Beobachtungen kommen kann, auch wenn man zunächst mal mit rein mathematischen Methoden gestartet ist. Ich fasse zusammen. Ich habe versucht, sie einzuführen in datengeleitete Methoden zur Analyse von Sprachgebrauchsmustern, wie man sagen kann. Die machen im Prinzip was ganz Einfaches. Sie spüren auffällige sprachliche Muster auf, auffällig, wie gesagt, im statistischen Sinne, auch wenn diese Muster für menschliche Leserinnen möglicherweise unbemerkt bleiben würden. Der Computer findet sie eben. Und diese sprachlichen Muster können wir nun deuten als Ergebnis rekurrenter Sprachhandlungen von Menschen, von Gruppen, von Institutionen, eben zum Beispiel von Individualtouristen. Die machen immer wieder, müssen sich Individualtouristen abgrenzen von den Pauschaltouristen und dann schleift sich irgendwann dieses Sprachgebrauchsmuster ein und steht dann sozusagen als Positionierungsinstrument zur Verfügung. Und deswegen sagen natürlich diese rekurrenten Muster auch sehr viel aus über eben die Menschen, Gruppen und Institutionen, die sie hervorgebracht haben. Und sie sagen etwas aus über Deutungsmuster, die in diesen Communities sozial akzeptiert sind. Und wir können jetzt auch wieder die Brücke zurückschlagen zu unserem Kulturbegriff, den wir in der allerersten Sitzung kennengelernt haben. Da war ja die Redekultur als ein Set von Standards des Glaubens und Deutens. Und genau diese Deutungsmuster können wir also auch mit korpuslinguistischen Methoden aufspüren. Natürlich braucht es noch ein bisschen Interpretation, aber mal als ein möglicher Zugang, bei dem uns der Computer helfen kann. Das ist Literatur für heute. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Ciao.